Das Haus der Großmutter Meine Großmutter hieß Bertha. Sie und ihre Schwester Anna waren kaum ein Jahr auseinander. Aber sie waren so unterschiedlich, wie zwei Schwestern nur sein konnten. Und seine Geschichte Demit verfüge ich, Bertha Lünchen, geborene Delwater, dass mein Besitz folgendermaßen aufgeteilt wird. Meine Enkelin Iris wende ich das Haus zu. Erinnerungen Kommt, ich spring von der Brücke. An unbeschwerte Sommer Essen? Oder drei Tage lang redet keiner mehr mit dir. Reife Äpfel. Im Juni. Erlebnisse, Erfahrungen, Entdeckungen Einer längst vergessenen Zeit Eine nie vermutete Liebe Ach, die Niete. Machst du dich jetzt lustig über mich oder ist das deine Art zu plagen? Die erst beginnt Jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich meinen alten Fluchtimpuls niederkämpfen. Ich hoffe nur, dass im Gegensatz zu früh so viel Würde nicht durch Schlüssel auch zu gucken. Und mit einem Mal Vor 13 Jahren habe ich mir eigentlich für immer verboten, die Frage nach dem Warum zu stellen. Ist alles wieder da. Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Nach dem Bestseller-Roman von Katharina Hagener Der Geschmack von Apfelkernen Ich frisch oder sterb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020